Herzlich willkommen bei Okuma. Mein Name ist Michelle Sunderbrink. Kennen Sie die aktuelle Produktivität Ihres Maschinenparks? Okuma bietet Ihnen eine Smart Factory-Lösung, den Connect Plan. Eine geniale Software zur Darstellung und Aufzeichnung Maschinen und produktionsbezogener Daten. Ihr größter Vorteil ist die Visualisierung, Analyse aller gesammelter Daten und Optimierung zu jeder Zeit, an jedem Ort und auf jedem Endgerät. Hierzu zeige ich Ihnen gerne anhand unserer Factory-Map die heute bei OEG installierten Maschinen. Sie können auch Nicht-Okuma-Maschinen und alte OSP mit dem Connect Plan verbinden. In dieser Übersicht wird der Maschinenstatus und Wartungsbenachrichtigungen in einem übersichtlichen Ampelsystem wiedergegeben. Den schnellsten Überblick bietet Ihnen die Operation History, bezogen auf die Produktivität Ihres gesamten Maschinenparks. Im besten Fall sehen Sie nur grün, denn das bedeutet, die Maschinen bearbeiten 100% des Tages und haben keine Standzeiten. Gelb beschreibt zum Beispiel einen Werkzeugwechsel oder das Spannen eines Werkstücks. Rot erscheint im Falle eines Alarms. Anhand der MA600 können Sie sehen, dass Sie auch zusätzliche Features wie die Innenraumkamera oder Werkstückdaten wie CAD-Programme und 3D-Modelle der Werkzeuge hinterlegen können. Für maschinenbezogene Daten können Sie sich den Operation Report innerhalb einer spezifischen Periode oder aufgeteilt nach Schichten anzeigen lassen. Natürlich finden Sie im Connect Plan die von der Maschine generierten Alarme und den dazugehörigen Code mit Auszug aus der Alarm- und Errorliste. Das ermöglicht Ihrem Anwender das direkte Handeln. Die OSP sendet einer oder mehreren von Ihnen bestimmten Personen eine E-Mail über Alarm- oder Fertigstellungsbenachrichtigungen Ihres Werkstücks. Hier nun vermute ich der wichtigste Punkt, die Aufstellung aller vorgegebenen Wartungen und zwar vorausplanbar auf die Minute genau. Wie Sie sehen, ermöglicht Ihnen der Connect Plan eine optimale Ausnutzung Ihrer Produktivität durch die Visualisierung, Analyse und Optimierung. Verbinden Sie Ihre Okuma Maschine mit dem Connect Plan und starten Sie Ihr Smart Factory Monitoring noch heute. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unser Team info at okuma.eu und get connected today. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut. 2